Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde auf YouTube, ich bin euer lieber Odo, zurück mit unserem Stream von Pathfinder Kingmaker. Kobold Camp, Kobold Trail. Gehen wir mal zum Kobold Camp. Schauen wir mal was wir dort finden. Finden wir sicherlich diesen widerlichen Tattoo-Choo. Okay, sie sind betrunken. All the while muttering something in their hissing language. One Kobold emerges from the swarming crowd. His scales are a touch lighter than those of his companions. Upon close inspection, he seems to be extremely old. His skin is dry and lifeless. And he clearly lost some of his scales long ago. There is something curious about this Kobold. He seems to be calm, confident and wise. Slurax. The old Kobold hisses. The rest of the Kobolds immediately calm down. Greetings. He says, addressing you and sticking out his hand. Greetings. Shake the Kobolds hands. Greetings. Don't shake the Kobolds hands. Yes, greetings to you as well. Na ja, wir sind zivilisiert. Vielleicht werden das gute Untertanen. Die sind sicher evil. Evil Untertanen wollen wir. You shake the old Kobolds hand. It's slimy and cold. He continues to stare his eyes still yellow and emotionless. Guck mal, was humans love. Okay. Nein, wir lieben keine Kobolde, aber wir haben auch nichts gegen sie. Okay. Sie wollen also, dass wir Tartuk suchen. Tartuk, what a familiar name. Tell me, do you know the story of the Sootscale Kobold tribe? Seems to not understand a single word you are saying, but reacts to the word Sootscale. Bad. Not friend. All the Kobolds are staring at you. Now blinking or movement among them. It's starting to get uncomfortable. Tartuk trolls love. Search Tartuk Kobold. Okay. Also, der Tartuk mag wohl die Trolle. Was ich gut finde, weil den Tartuk-Menschen mag ich auch nicht. Okay. Auch wenn es ein Gnom ist, weil das ist ein Widerling. Hey, cool. Sie lassen ihre Sachen zurück. Lass uns plündern. Sp إkilены. So hot. No you have to eat. Lass uns cuts out the language author tour too. All the hice are great. Need to invest? And I got to fight. Hol history is not enough. Vielen Dank. Okay, 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 okay. Mal schauen. Leider nichts interessantes drin. Mehr Herbs. Okay, gehen wir mal zu dem Cobalt Trail. Wenn wir meinen Weg dorthin finden, heißt es. Ja, genau. Ach, horror of horrors. What I mistook for pebbles were polished bones. All along the path, the grass was riddled with pyramids made of polished Cobalt remains. Die Cobalt sind offensichtlich zu eratrisen. Sie haben meine Beine einfach auf den Weg gelegt. It got us to thinking, is it wise to follow such a grim path, the way marked by death itself. Finding all danger, we followed the path, of course. Trying to brush away thoughts on who may have polished the Cobalt vertebrae, and why, we quickly moved along the path leading through the pale hills. It didn't take long for us to reach a mountain river with a bridge crossing over it. Well, the bridge may be a bit generous. It was actually just a long branch, about as thick as an arm, spanning from one bank to another. It may have been enough for a Cobalt to cross, since we could see another of those small bone pyramids on the far side, but it didn't look nearly strong enough for our party to cross. Before deciding how to proceed, we carefully examined the river. We quickly discovered that the river was quite deep. I plunged my arm, shoulder deep, into the water and couldn't even feel the bed. It was fast, too. The current pulled a dry leaf off my sleeve and was gone from my sight in a blink. And it was cold, very, very cold. Frankly, none of us were interested in taking a swim. Okay, careful, examine the branch that would help us cross the river. The branch did have one thing going for it, though being so thick it happened, to be quite sturdy. But that didn't make the flimsy crossing any less slippery or challenging to anyone daring to set foot on it. I wonder how many Cobalt have slipped on the wet bark and found a watery grave in the icy cold river. I wonder how many of these pyramids were in the icy cold river. I wonder how many of these pyramids were in the icy cold river. Precaution was definitely in order to be ready. The rope to ensure the daredevil's safety. With the practiced motions of a seasoned adventurer, she pulled a length of rope out of the pack and prepared it to be tied around the waist of whoever would prove brave enough to step on the branch and attempt to cross the river. That would at least help reduce the risk of drowning. Ikundayo is, glaube ich, the Sieger. Ikundayo was unperturbed by the thin branch and the speeding current. After a deep breath, our volunteer set forth along a precarious crossing, one step then another. A few feet crossed with no trouble and I started to think that maybe things would be fine. That's when the branch jerked and started to shake. It was rolling over with no time to think all Ikundayo could do was jump to the other side. Mobility 15. Succeeded at a mobility check. Oh, the lengths will go to in our efforts to keep our pride untarnished and our pants dry. One incredible jump in the Kundayo was on the other bank. Kundayo took a moment to catch his breath and turned his attention back to the crossing. As soon as the rope was securely fixed on both banks, the branch didn't seem as much a death trap as it had before. Okay, shot Kudos. One small pyramid made of polished cobalt bones. Wieso sollte man als Chaotic Evil einen Kobold schreien zerstören, frage ich mich. Hm, naja wurscht. Okay, wir haben also einen Schreien gefunden, bla 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 bla. Wir machen das neutral. Chaotic Evil ist absolut unbrauchbar. Without a word, the baroness turned and followed the same trail of dead that had bla 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 bla. We didn't waste any time with the dragon head and on our way back our luck finally turned a family, while the boars had decided to take a rest right in the middle of what they must have thought was a long abandoned path. We have one lucky shot and the plump piglet made its way to our backpack soon to be a hearty meal. Okay, na gut, das war also nicht das, was wir gesucht haben. So, was ist das? Oder Claire? Nein. Gehen wir später erst hin. Witch's Hut. Da ist die Dwarven Ruins. Und die Troll Clearing. Die Dwarven Ruins, wie der Zwerg von uns. So oder so? Oder so weiter. Ah, ist eh klar. Die randomen Encounters kommen immer, wenn wir müde sind. Dem können wir nicht einmal ausweichen. Super. Oh, ja. Ja, ja, ja. Oh. We saw something that probably no one else had ever seen before. No so was. Beside the placing campfire stood a kobold who had wrapped himself in a worn out elven robe. On the far side of the clearing three enormous trolls shuffled their feet hesitating. The kobold stretched out his calloused paws and with immense gravity hissed and mumbled incomprehensibly. We could barely even guess at what all this meant. Ha, 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 ha. Stealth 16. Na, ok. Wir haben ja nur sehr 14 Menschen. Das ist aber auch nicht schlecht. Und da ist er trotzdem besser. Dann machen wir doch das, glaubt. Succeeded at the stealth check. Hiding behind the elm trees we crept close enough to hear the mysterious kobolds mumbling. We tried translating their gibberish. Uh, we tried to make sense of what was happening by interpreting gestures in the body language. Ok. Screaming we jumped out of the bushes and pretended to be fire spirits. Ha, ha. Lustig. Nein, wir machen natürlich das da, weil das am einfachsten ist. Dann brauchen wir nur einen fünfer Wurfring. Ja. Failed a perception check. Na super. Unfortunately, the movements and gestures of these creatures were even less comprehensible than their speech. What's worse, while we watched them our enemies noticed us as well. Kobold pointed at us with his crooked finger yelling something that didn't require translation. Ha, ha. Whatever had been happening here, we'd put an end to it. The only thing left was the fierce battle that lay ahead. Na gut. I'll carve my name into your flesh. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum ich sie, die Magierin, die Octavia, mitnehmen hätte müssen. Haben wir... Acid Splashes. Ah, wir haben auf jeden Fall diese Acid Flasks. Wand of Vanish. Piercing... Piercing... Piercing Screen. Acid Arrow. Du? Was ist denn das für einer, den du da hast? Und auf Magic Missiles. Und auf Magic Missiles. Bei dem kannst du es eigentlich auch behalten. Du machst als erstes mal das da auf den da. Du gehst mal schon und greifst den. Du gehst in die Rage und greifst ihn dann. Du. Du. So was mal das. Und du meine Liebe fängst mal an zu singen. Das macht Fascinate. Was macht Fascinate? Each creature within range receives a will save DC 10 plus one half the Bards level, also 13 plus Bards Charisma, also 16 to negate the effects. If a creature's saving throw succeeds, the Bard cannot attempt to fascinate the creature again for 24 hours. I have to fail. A creature stands quietly and observes the performance for as long as the Bard continues to maintain it. Any damage to the target automatically breaks the effect. Okay, das ist ziemlich wurscht. Machen wir Inspire Courage. Es gibt uns plus eins auf Angriff und Verteidigung. Und? Dress mal diese Seite anche wenn man die auch was. Es war früh. Machen wir Avant der Geschichte. Und was ist das? Herr Rösen. Wann macht Herr Rösen nochmal? Achso, du bist noch am Zaubern. Autsch. Jetzt ja auf die Amiri zu hauen. Warte mal, ihr Piercing Screen? Stopp! Du. Mach es jetzt. Bane. Ok, Lince. Rösen. Halt. Wärts? Na. No, so. Du kannst es bei weitem weniger als die anderen, weißt du? So, warte mal, du nimmst doch bitte so einen Flask. Ah, eine Miri mit ihrem Ding macht das auch, die macht ja Acid Damage, das ist ja cool. Stimmt. Okay, wir nehmen mal alles sicherheitshalber. Okay. 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 Keiner da. Passt. Wir durchsuchen alles. Wir nehmen alles mit, was nicht mit und nagelfest ist. Wie kommen wir hier wieder raus? Da oben vielleicht? Ah, da ist der Ausgang. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal schlafen mit den Typen. Und dann gehen wir weiter zu den Troll-Dings. Das ist halt ein Schwert, das die gute Amiri da trägt. Trotzdem ist das andere Ding besser. Ist es das? Wer ist so sullen da? Wie ein Troll, nachdem sie drei Tage zu töten. Das ist ein grumpieres Harem. Ach so, Lindsay. Siehst du, jemand in dieser Partie von Trämmers und Verzweifern muss sich über den Eternen sein. Hm hm hm. Und continue. Und runter mit uns. So, Troll Clearing. Und Monster 10. Ah, da ist auch leer offensichtlich. Ah, da ist auch leer offensichtlich. Das ist nicht möglich. Trollen. Und die Trollen waren. Und die Trollen waren nahe. Die Trollen waren stark. Und zu viel! Entschuldigung und die Trollen waren allein. Aber wir konnten sehen, dass die Trolls oft benutzen. Ekon´s usually expressionless face turned into a disgusted Grimace. Er konnte sich den Schmerz fühlen, als er sich auf die Troll´s trocken. Finally, looking away, er sagte, »They´ll come back, we need an ambush.« Harim ran his hand across one of the skulls with a sad smile on his face. The priest slowly shook his head. I got chills, just imagining what thoughts might be crossing his mind at that moment. Okay. »The trolls were really taking their time. The sun rose higher and higher, but we heard nothing from the woods but with birdsong and buzzing of insects eck and throes, keeping his bow at the ready as he gazed into the woods. His eyes would focus every now and again on the remains hanging from the trees. His expression was one of strong determination. He would wait for the trolls and he would kill them all. The fruitless waiting began to tire us out. A miracle time sharpening an already razor sharp blade. Okay, we warten noch einmal. As the sun set, the glade was still empty. Darkness spread across. The scraps of the Troll´s feast in the grass began to fill with the dim lights of fireflies. Econ flexed his muscles, tired of the long motionless wait. I could be wrong, he said regretfully. We may be waiting in vain. Hmm… Okay. Oh, ja. Und wir sind wieder alle tired. Super, das habe ich gut gemacht. Das heißt, wir müssen wieder ein Lager machen. So, Norden, Süden, schaut so aus, als würde es da. Gehen wir mal zu dem Monster-Stan. Ja, als ich glaube, da regnet es natürlich. Das heißt, wir müssen wieder ein Lager machen. Das heißt, wir müssen wieder ein Lager machen. Ja, Ancient Riven. Checkfield. Ja, okay. Du machst mal ein Bless. Du machst mal ein Singi-Singi. Da machst du das. Und da ist Kräften von Karl. Das ist ein Lager. Ja, das ist ein Lager. Ja, das ist ein Lager. Das ist ein Lager. Auch. Auch mit Linsy. Schon wieder 4 Con Minus. Was habt ihr bitte? Weavens weinen für 25 Sekunden, oh no, seh was. Ob sie das überlebt? Das glaube ich wohl kaum. Oh, sorry, I was lost in hope. Mhm. So, kannst du... Kannst du irgendetwas saubern? Schaut man. Um sie wieder zu heilen. Sie ist auf Konstitution 2. Minus 12, no seh was. Ich bin froh, dass sie insgesamt 14 hat. Mhm. Ähm... Wir haben eine Restoration aus. Irgendwas mit. Was schaut dann Restoration aus. Dann nur eine Scroll. Ein bisschen wenig, hm? So. Okay. Hu 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 hu. Ist das Hold Monster? oder Root Person? Ein kleines Root Person. Ein kleines Root Person. Das kommt definitiv nicht jetzt. Das kommt definitiv nicht jetzt. Das macht die Begegnung. Nein. Hm. Das ist ein bisschen zu. Blöde Weaver. Gut so. Hast du verdient, dass du gehäutet wirst. Ich glaube ich gleich, ist das nicht gut. Vielleicht sollten wir Lincey heimschicken und ersetzen durch ihn und da und dann bei Octavia zum Beispiel. Okay. Er ist aber blind. Was kann der Longbow? Das heißt nur für einen Bow. Ein Longbow plus eins. Und das ist ein Lucky Longbow. Er macht stärkeren kritischen Schaden. Und ich mache damit überhaupt mehr Schaden, weil es ein Composite Langbogen ist. Und deswegen kommt mein Stärkeschaden noch dazu. Oder mein Stärkedings. Na gut, dann haben wir doch klart einen neuen Langbogen für dich. Ah, warte mal. Meine Güte. Gut, dass ich das jetzt sehe. Wer will denn du? 14, 13, 20. Oder du. 17, 13, 18. Da hältst du dann noch mehr aus. So, was ist das? Ein Cloak of Resistance plus 2. Hm. Wahrscheinlich einer von den beiden eher. Ich glaube, ich habe schon einen plus 2, oder? Yep. Sowas in die Richtung. Dann du. Es ist noch keinen. Das heißt, du kriegst den. Okay. Na dann, raus mit uns. Und gehen wir zum nächsten Dings. Ich habe nicht gehabt, ob wir die Dings wirklich ersetzen sollen. Die Linse. Wir sollten dir vor allem auch mehr Zauberstrüche geben. Das ist natürlich super. Remove Sickness, Unbreakable Heart. Not Summon Monsters Ends. Cause Fear. Oh. Wow. Mhm. Mmh. Mhm.. Mmh. Mhm. Das scheint vielleicht auch noch. Um, huh, 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 huh. Hast du nicht Lesser Restoration irgendwo da, ist der 2-Level-Spruch? Ja, tatsächlich, 2-Level-Spruch. Searing Light klingt gut, smogtschaden oder? Neverklar, Animate Dead, smogtschaden oder? Hätte ich wohl auch in diese Richtung von Anfang an gehen können. Wir entern die Swamp Witches Hut. Das ist eine riesige Karte. Schauen wir mal. Ich würde fast sagen, für jetzt höre ich mal auf auf YouTube zu spielen. Ich muss mal schnell rüber und habe mir was zum Trinken. Bis gleich, meine Herrschaften.